Professor Marek von der Lehe ist ärztlicher Direktor an den Kliniken in Neuruppin. Er ist Neurochirurg. Er ist gerade bekannt geworden vor einigen Wochen mit einer Wachoperation am Gehirn. Nur ganz wenige Unikliniken in Deutschland beherrschen das. Eine Handvoll nur und nur die Europiner Kliniken gehören jetzt mit ihm dazu. Er ist gleichzeitig Dozent an der MHB und seine Kurzeinschätzung klingt folgendermaßen. Also mit der MHB ist es einfach extrem schön, dass die Lehre so unmittelbar ist, dass die Studenten so dicht dran sind, dass man ganz einfach mit denen kommunizieren kann. Auch digital hat es exzellent geklappt in den letzten zwei Jahren. Und die sind einfach so angenehm und so engagiert, dass es total Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.